Wir stehen in Sankt Ingbert vor der großen Schuhwand von Sascha Rech und hier ist der Inhaber Sascha Rech persönlich. Hallo Herr Rech. Hallo. Und der Herr Rech hat ein Gewinnspiel veranstaltet und hier neben uns steht auch der Gewinner. Wenn Sie sich auch bitte mal vorstellen möchten. Ich bin Thorsten Neyes, bin 30 Jahre alt und bin Trainer der A-Jugend von Sportfreund 05 Saarbrücken. Genau, und Sie haben bei uns jetzt an einem Gewinnspiel teilgenommen und Ihr Name ist gezogen worden und da waren Sie bestimmt sehr glücklich drüber. Das ist gut für die Kaffeekasse, sage ich mal so. Sie haben sich nicht für sich selbst gewonnen, sondern für? Nein, für die A-Jugend der Sportfreund 05 Saarbrücken. Gut, und haben Sie denen schon Bescheid gesagt, dass Sie da gewonnen haben? Ja, die waren sehr erfreut, aber wir wissen noch nicht, was wir damit machen. Das heißt, man überlegt noch neue Trikots, Bälle, etc. Der Herr Rech hat den Gewinn schon in der Hand. Der ist hier. Den Gewinn schon in der Hand, frisch gedruckt. Und jetzt bin ich auch ganz froh, dass ich ihn vernünftig überreichen kann, nämlich auch für einen vernünftigen Zweck, nämlich für die Jugend. Das liegt uns eh immer am Herzen. Ich meine, ich habe ja selbst Kinder, die ich in verschiedenen Sportarten betreue. Und insofern freue ich mich, dass Herr Thorsten angerufen hat. Oder uns geliked hat dann im Moment. Und deshalb gebe ich ihm jetzt schon mal was, dass die Jugendkasse wieder floriert. Und dass wir da den Jugendlichen wieder helfen können. So, dann danke euch fürs Zuschauen. Vielen Dank.